Carsten? Ja bitte. Du bist gar nicht drin ne? Wir haben jetzt aber gestartet. Als ob? Warum denn schon wieder die gleichen Maps? Digga, als ob die jetzt gestartet haben, wo ich gerade rausgeh. Sind von denen überhaupt, sind überhaupt da bei denen vier Leute drin? Jetzt ist Ballast noch reingekommen. Ja, das wird jetzt nix. Das ist jetzt eine schwierige Nummer. Ich kann doch einfach hier joinen, oder? Join nach, ja. Wollt ihr erste Runde Dings gehen? B? Oder A? Das wäre ja wirklich, Bruder. Wollt ihr das jetzt nicht reinschauen können, das wäre so bodenlos. Ich würde sagen, ich glaube, die rechnen mit B. Ich würde sagen, alle zu A. Ja, alle zu A. Ja, einen saftigen A-Rush. Ich habe A-N, Jungs. Ne, ich wechsle es auf MSMC. Ich erinnere dann oben diesen Mittelgang ab. Ich bin einer von euch die Bombe. Ich renne direkt rein. Einer den Back, bitte, von uns dann decken. Vielleicht Payne mit seinem langen Hals die Gegner abwehren auf korrekt. Okay, na perfekt Digga, danke dir. Da zoomst du einfach die Bombe. Geil. Let's go. Ach, die Cam. Sorry, Chat. Ups. Der Profi. No steps. Einer ist hier schon, er ist drin. Er steht hinter dem Ding. Okay, genau. Nice. Gute Nate. Ich muss kurz regenerieren. Nice, nice, nice. Einer war noch hinten. Sehr gut. Er ist in der Mitte gewesen. Nein, er ist gestunt, er ist gestunt. Er ist gestunt, ja. Oh mein Gott, wie lang er gestunt ist. Eins gegen eins. Psch, psch, psch. Nein, scheiße. Aber wie lang er gestunt ist, Payne. Hoch. Na schön. Drei zu vier ist okay. Erste Runde. Passt, passt. Warte. Digga, ich hatte einfach Full Cam, Jungs. Der ganze Chat wieder. Cam. Wie wollen wir uns aufteilen bei Verteidigung? Suchen und zerstören. Gute Frage. Ich würde mich nicht pushen lassen. Ja, ja, ja. Wir müssen so gucken, dass keiner umläuft. Ich versuche einfach nur zu holen. Ich gucke einfach nur, ob die hier kommen, aber ich werde die nicht challengen. Okay. Zwei durch Mitte. Okay. Hab einen. Schönen, Carsten. Zurückziehen wieder. Einer ist bei denen oben, bei denen ist oben im Spawn einer. Oben im Spawn bei denen. Ich geh mal raus. Zwei noch ein Live-Chat. Äh, Jungs. Drei, ja. Drei, drei. Ah, jetzt zwei. Okay. Digga, ich hab doch einen geholt. Digga, bist du drunk oder was? Einer ist bei denen oben. Der ist vor mir, Jungs, vor mir. Der ist weak. Der ist oben in diesem, weißt schon, in diesem Raum. Oh, von hinten. Einer hat hinten. Barsers hinten noch mit der M8. Der sitzt, der sitzt. Jungs, die müssen planten. Wir pushen. Jungs, nicht alleine traden lassen, Mann. Spielt das ruhig, ruhig. Die haben einen Zeitdruck. Die müssen jetzt langsam planten. Die mal B gucken. Auf den Zeitplan achten. Einer ist hinten bei B. Einer ist hinten bei W. Bisschen weak. Sehr schön. Zwei gegen eins, Jungs. Zwei gegen eins. Bombe bei Pain. Ich lauf weg. Wichtiger Call, Pain. Wichtiger Call. One-Shot, aber chill, chill, chill. Der kann nicht mehr planten. Das schafft er nicht mehr, ne? Gib ihm keinen Kill für Streaks. Guter Call, Pain. Barsers M8, wirklich gefährlich, Alter. Gefährlich, gefährlich. Nice. 1-1, let's go. Hast du zwei geholt, Caster, Mann? Jaja, zwei. Wollen wir, wollen wir jetzt zu A? Alle? Und ich glaub, damit rechnet die. Nochmal zu B? Meinst du nochmal zu A? Ja, mein ich. Sorry. Können wir machen, ja. Okay. Geh du mit, Pain. Ich pass bisschen hinten auf. Okay. Das Ziel räumen. Ja, nice. Wartet bitte, bis der On-Spot pusht. Ich werd erstmal ne Stun rauswerfen. Ihr müsst aufpassen, rechts direkt die Leiter nach oben pusht. Stoß wahrscheinlich Tabak wieder. Einer ist hier bei mir. Hab ich? Bin da, bin da. Hast du den bei mir? Nee, ne? Ich hol den mit. Ich hol den mit. Da war noch einer Carsten, pass auf. Der könnte jetzt liegen. Plente. Hinten ist gerade offen. Hinten ist gerade offen. Habe ich, habe ich, habe ich. Sehr schön. Einer noch. Der war hinten im... Genau, der war... Der ist low bisschen weak. Zwei Hits mindestens. Sehr gut, Jungs. Komm schon. Sehr gut. Jetzt haben die Druck, Digga. Jetzt haben die Nasen bluten. Jetzt macht Barca Ansage. Jetzt schreit er die gerade an, Jungs. Let's go, Mann. Puff Peng. Hast du nicht gesehen. Geil. Gefällt mir, gefällt dir, gefällt mir. Sehr stark gepusht, Leute. Sehr stark. Sehr schön, sehr schön. Oha. Was machen wir? 2-2 wieder, oder was? Lass uns wieder 2-2. Ich schau wieder durch die Mitte, Jungs. Ich schau wieder ein bisschen durch die Mitte. Lasst euch nicht von 3 Leuten pushen. Ja, ja, ja. Versucht einfach X zu ziehen. Und passt auf vor Barca's M8, Digga. Der Mann weiß noch, wie geschossen wird. Er schießt scharf. Zwei links, zwei links. Mindestens. Zwei hier bei mir. Jungs, Showface ist er bei mir. Okay, B-Side. Einer ist hier bei mir. Ich komme. Hab zwei, hab zwei. Nice, einer noch. Ich hab auch einen, ich hab auch einen. Einer schließt mich noch an. Ihr habt den roten Punkt gesehen. Ich hab den Rücken, ich hab den Rücken, ich hab den Rücken. Ah, ne, ne, ne. Chill, der hat Druck. Einfach runterspielen. Ich halte, ich halte, ich halte. Alles gut. Einfach keinen Kill geben, keinen Kill geben. Wie viele haben wir denn? Wie viele haben wir nur noch als Gegner? Einen, einen, einen. Wie ich sag, einfach nur holen. This is over. Ich hol die B. Schaut einfach mal an. Nice. Let's fucking go, Jungs. Alter, geiler Scheiß, Mann. Let's go nice, Carsten. Very, very nice. So gut. Digga, die einen ist schon frech vom Damage. Ganz wichtig. Schau mal. Schön, Jungs. War ein Headshot, ne? Carsten Maschine. Bruder. Gänsehaut kickt. Boah, Alter, bin ich am sterben. Geil, 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 geil. Jetzt sind wir zweimal A gegangen. Wir könnten theoretisch nochmal Full Ricks auf A gehen. Ja, ja, ja. Wollte sagen. Jetzt rechnen die mit B. Und ich geh Richtung B und campe da unseren Spawn ab. Okay. Gut. Ich hab die Bombe. Ja, ja, gut, gut. Einer soll direkt reinstunnen. Und danach, äh... Ja, aber ich bin gestunnt. Kein gestunnt, links. Oh, ich bin gestunnt. Alles gut, nein, nein. Den Bombenträger hat's erwischt. Gott. Ich bin durchgezogen. Echt gesmoked? Nee. Nein. Oh mein Gott, der Headglitch von Tabak. Oh Gott, Mitte. Nein! Einer noch One-Shot. Einer One-Shot. Der ist Mitte. Mitte drin, Pain. Jetzt hier quasi. Genau, das ist der. Nice, 101. Schade. Nein. Boah, schade, schade, schade. Oh, ich hätte den fast auch noch. Hui. Keine Muni mehr, Digger. Schade. GG. Peace. Unlucky. Ich mach mal Sub-Modus rein, bisschen Chat. Ich geh wieder durch die Mitte, Jungs. Und calle, wenn ich was seh. Ja. Ich geh wieder bis hin. Ich glaub, die werden sich auch wieder auf B kümmern. Ich hab auch ne Fernlenkladung bei dir. Seh ich grad. Oha, oha. Geh für nen guten Trade, Bro. Wir sind nur ein Point vorne, Jungs. Okay. Kannst die Fernlenkladung auch einfach nur für Info benutzen, ne? Mhm. Ich seh nichts Mitte diesmal. Die stun A, die stun A. Okay. Nice. Hab einen. Sehr gut. Noch ein geflasht. Okay. Bleib zu da. 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 Ich roti über Mitte. Ich wollte den Messern gehen. Ballas ist bei A. Bombes A. Wie viele? Hast du ihn gesehen? Boah, er hat so... Bombe down, Bombe down, Bombe down, Bombe down. Bombe down. Okay, okay. Bombe down in mid. Haltet einfach nen Cross. Ich geh hier oben bei denen ins Haus. Nice. Nice Jungs. Zwei Punkte vorne. Ganz wichtig Jungs. Ganz wichtig. Schön. Picks Jungs. Sehr sehr stark. Okay, nicht sterben Chris. Wir brauchen dich noch. Ja, ich versuch's. Nice. Okay, jetzt glauben die wahrscheinlich, wir gehen wieder. Jetzt gehen wir Longside. Also B. Okay? Okay. Okay. Ich geh oben über diesen Raum. Okay, wer will Bombe? Nehm. Nehm ich nehm. Oh scheiße, Digga. Oh mein Gott. Ich lauf so gegen die Wand. Huch. Aufpassen. Ja, läuft durch, läuft durch. Perfekt. Mitte ist keiner. Ah, ist mindestens einer. Rauchgranate. Oh mein Gott, ich hab ihn noch bisschen weak gemacht. Bruder, ich hab mich ja so erschrocken. Ach du heilige Makrele. Okay, die haben die Bombe. Okay. Einer ist hier im Main Gebäude bei uns. Im Spawn Gebäude. Hätte ich machen können. Im Spawn Gebäude. Versuch ein Pick zu ziehen auf B. Geile Tarnung, Chris. Schön, schön. Oh mein Gott. Oh nein, Digga. So ein cool Laddering wäre das gewesen. Alter sind sogar noch zwei. Also in denen hast du zwei noch bei B. Ist nach rechts weggelaufen. Nachladen, Bro. Oder sterben. Die Zeit ist fast auf. Ist keine Zeit, musst du jetzt einfach. Oder du spielst auch Streak. Nice. Faden. Na, schade. Ist okay. Die Runde haben wir ein bisschen gejoked. Ist okay Jungs, let's go. Oh gut. Hab den Typ echt zu spät gesehen. Digga, es wär so ein geiler Kolederal gewesen. Ja, ja. Die haben mich so wie Sandwich von allen gespielt. Ja, ja. Das wär... Digga. Ja, die haben's gut gespielt. Aber... Operationseinsatzpunkt wird gewechselt. Suchen und zerstören. So, ich geh nochmal B-Set, okay? Ja, ja, ja. Ich komm mit. So wie gerade immer. Zwei durch Mitte. Auf A oder was? Wie sieht's immer noch clean aus? Wie sieht's bei euch aus? Alles gut. Okay, B-B-B ist einer. Nice, Carsten. Wichtiger Pick. Oh mein Gott! Nice, Carsten. Stark, stark, stark. Genau so. Mit dem Brain spielen, Chat. Mit dem Brain. Der Gegner. Eures Sand? Jetzt einfach... Nein, nein, nein. Oben Mitte ist dann einer. Der ist unten ein bisschen weak. Läuft vorne... Läuft hinten raus, hinten raus. Auch hinter uns, irgendeinfach. Chris hat immer noch seine Fernlangladung. Komm, habt ihr Jungs. Ich hole hinten. Ja. Die haben Druck, die haben Druck. Ja. Wird, glaub ich, ein Argo, oder? Stark. Bombe down, Bombe down. Let's go. Geht zur Bombe. Ja, wir routinen. Wir routinen. Also einfach nach und nach. Jonas, renn du jetzt gleich rein. Ist die immer noch down? Der ist da. Nein. Pain! Pain einfach zu! Pain, Dinger! Der muss genervt werden, der Mann! Genau so. Wir haben noch, wir haben noch, äh, Chris, seine Fernlenkladung. Komm, den Win und einfach, einfach den, äh, Schacht zu machen jetzt hier. Lass uns, lass uns, lass uns, wollt ihr die Runde, wollt ihr die Runde kurz losspielen? Ich will mit Fernlenkladung, oder wollen wir ins Ziel aufnehmen? Ja, 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 mach mal. Ja, 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 ja. Auf gemütlicher Basis. Guter Call. Würde ich sagen, lass versuchen, B mit der Fernlenkladung, ja. Ich nehm die, Bro. Auf Entspannung. Ja, nimm du, nimm du. Ja. Oh. Weil der echt BG im Speed war gerade gar nix. Ja, okay. Bei der Fernlenkladung, ich guck halt, was los ist. Können wir im Pick ziehen. Wenn du kurz aufpassen, dass jetzt hier keiner pusht. Ich benutze die. Aufpassen, gar nicht zu weit vorne mit der Bombe. Tschö. Scheiße, Josef, gejokt. Oben in der Mitte steht ein Kopf. Einer ist bei D, einer ist hier bei A, einer ist hier bei A. Okay, gut. Bei A ist tot, bei A ist tot, bei A habe ich einen getötet. Stark. Zwei mit, zwei mit, aufpassen. Nein, in oben drauf. Der ist aber ein paar Schatz. Habe ich, habe ich. Sehr stark, Chris. Mit hast du gesehen, ne? Mitte war gerade gut. Ich geh B bei der Spawn. Spawn, 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 spawn. Aufpassen. Alle anderen Agenten sind tot. Beende die Mission. Wo ist Bombe down? Hier in der Mitte, ne? Mhm. Du hast noch nate und stun. Die Bombe wurde platziert. Stark, Chris. Komm. Kannst Bombe stun, theoretisch. Denk an das Trophy System in der Mitte. Vielleicht geht er für den Defuse. Let's go! Kaiser am Team, Dinger. Das Ding ist so over, Chris. Ich liebe dich. Let's go. GG. Du hast nicht Kaiser am Team. Puff Peng. Geil. Du hast GG's, Jungs. So geklappt. So geklappt. Giga Chat in den Chat für Chris Arooney mit der Daftschräger auf Malta im Hintergrund. Diavolo. Geil. Yo Jungs, GG's. 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 Geile. Ich bockt. Habt ihr sehr stark gespielt. Ich bin der Meinung, dass... Oh, ich hab 10 Kills. Puff Peng. Ihr hättet das sogar noch besser spielen können, Jungs. Ja, wir haben einmal, zweimal gejoked. Ihr hättet noch dominierter spielen können. Und zwar, Carsten, was den Zuschauern uns aufgefallen ist. Du bist zu oft mit der Bombe nach vorne reingeputzt. Jaja, hat's irgendein auch gesagt. Ja. Aber ansonsten habt ihr das sehr, sehr schön gespielt. Lecker, Mann. Lecker, Mann. Wir gehen runter zum Verlierer-Team. Da schon mal ein dickes GG an euch. Also sehr schön gespielt. Richtig geil für mich und Haptic hier jetzt aufzusitzen. Geil, Mann. Geil. Und das joinen zu dürfen im Jahr 2022. So eine geile Oldschool-Kombination. Der Wahnsinn. Danke auch fürs Organisieren und ich beide. Haptic, ich hab dich nächstes Mal an untenrum, wenn wir uns sehen. Geil, geil. Ja, endlich macht's mein Mann, Digga. Marcel wird's dich machen, Digga. Die ganzen Tage. Digga, ich hab nicht so zarte Hände wie deine Ex-Freundin. Ohhhh. Ohhhh. Ganz schwierig, Digga. Huch. Ey, sehr geil, Mann. Sehr geil, wirklich. Stark gespielt alle. Holy shit. Digga, ich hatte zehn Kills. Ich dachte, keine Ahnung. Ich glaub, zwei. Du hast Säglich-Maschine. Du hast immer den Early-Picks-Gold, die ersten beiden. Du hast so schnell Kills-Gold. Ich hab teilweise gar nicht gemerkt, wie viele du gekillt hast. Was ich noch so kann von früher, ist, du machst ein Pick und dann spielst du mit dem Kopf der Gegner, die denken, okay, du bist hier und dann laufen die manchmal an dir vorbei und du stehst einfach auf frech in der Ecke und dann nimmst du halt noch einen Kill mit. Das funktioniert echt öfters als man denkt. Wer guckt in jede Ecke im Competitive? Ja, Carsten. Ja, und wenn du dann auch noch Zeit hast, dann bist du richtig genauer. Carsten, ich hatte ja so Nasenbluten. Danke, Chat. Du bist genau in die Mitte gelaufen. Danke, Chat. GGs. Vor allem auch an Carsten wichtige Picks geholt. Andreas. Danke dir auch noch für 15 Monate. Korbis. Danke für 14. 54 Immortal. Danke noch für 23. Grafiox. Danke für 10. Chaffex. Danke für 8. Nerfgamer. Danke für 4. LOL. Danke für 15. Und Punchline-Chat. Lass da gerne auch mal ein Handshake und ein bisschen Liebe da. Danke für die 5er Sub-Bomb Punchline. Ich hoffe, es hat die richtigen erwischt. Vielen Dank für die 5er Schenken-Sub. Von Ahrens-Boy. Danke für den Lowshow. Das ist ein knackiger Stream. Vor allem Brain Delay. Ja, aber sehr, sehr gut zusammengespielt, Jungs. Die Kommunikation auch sehr, sehr wichtig. Ganz wichtig, Digga. GG's. Jetzt hat Stellung. Müssen wir dominieren. Gelenke halten. Und Chris hat einfach die ganze Zeit mit der Dachschräge die Gegner so unter Druck gesetzt. Ich hab das richtig gemerkt, wie die... 1 gegen 2 war so stark gespielt, Chris. Wie die richtig Angst haben. Die haben die ganze Zeit bestimmt gevorlautet. Chris ist noch alive, Digga. Chris ist noch alive. Obacht. Ja, es ist... Es ist so... In allen Ehren, aber in der Runde Carsten haben die lieber dich gecallertet. Ja, ja, komm ich auch. Ne, ja, komm ich auch. Ne, ja, komm ich auch. Du hast in zwei Runden so schnell zerrört, ich hab das gar nicht gesehen. Ich dachte, du hast nur Eichen gekillt. Jungs, 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 Jungs. Warte mal, ganz gesehen. Das ist genau so blöd wie die letzte Runde. Dann kommt jetzt der Freak. Ja, mal sehen, ne? Mal sehen, ne? Mal sehen. Raid, was ist das denn? Was ist das denn? Ich hab so... Äh, äh... Scoping-Klasse. Wenn ihr Dank noch für ein Gift habt. Ähm... Ja, stimmt. Warte mal. Raid, ne? Ja, ja, ja. Raid. Raid Shadow Legends. Wenn das jetzt genauso läuft wie... Es war ja jetzt gerade auch Meltdown. Äh, ja. Vergisst nicht. Raid, erste... Guckt noch mal kurz die Stellung, hatte. Ah! Schaut euch noch mal die Stellung kurz an, Jungs. Vergisst nicht. Raid ist... Raid ist... Raid ist erste im Kreis, zweite ist in dieser Küche, dann ist in der Garage, dann ist Basketballfeld und dann in der Mitte. Ja. Okay. Der Anchor-Spot... Und die Anchor-Spots, ähm, für First... Endes lange noch für zwei Monate und Benni lange für nochmal den Gift. Oder das Fenster im Raid da drin, in dem einen Haus. Ja. Zweite Stellung, Kitchen ist hinten, also der normale Spawn, der Defender oder... Ja, ja. Aber genauso wie für die vier. Oder der Baum da, der Baum da. Der Baum ist hier dann im Basketball. Ja, ja, ja. Das ist auch der gleiche Anchor-Spot auch für Basketball-Stellung. Ähm, für... Für Dingens-Stellung, für Garage, ist hinten bei den Autos, da könnt ihr... Du kannst ja nicht in der Stellung stehen im Headplitch. Ja. Und für mittlere Stellung ist, glaub ich, gar kein Anchor. Nee, nee, nee. Aber da kann man dann theoretisch schon mal für die Stellung danach wieder für Raid schon mal den Anchor holen. Das sowieso. Jungs, äh, wollt ihr alle Sturmgewehr spielen? Ich spiel SMG. Äh, ich würd' sagen, Chris lass mir mit, äh... Ich spiel safe, ja, ja. Chris lass mir mit, äh... Das wär' mir hilft beim Anchor. Das wär' super. Super sympathisch. Wenn nur er spielst neu, sie dann du vielleicht noch, dass ich manchmal... Hast du, äh, Anchor? Ja, nur Support. Ja, 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 ja. Ja, können wir machen. Also Second Anchor, gell? Ja, sie haben ein gutes Gefühl. Ja, wir machen das. Wir müssen halt nur gut Callouten und die Stimmung ist immer sehr, sehr wichtig, Leute. Lass euch nicht... Vorhin, Chat, war ich, war ich bisschen müde. Wissen, was ich gemacht hab? Ich hab den Pfeifat gemacht. Ich hab einfach ein bisschen in die Shiny Fox-Dose reingedippt mit dem Finger und so ein bisschen zu Pulver auf, auf, ähm, ja, auf Brausepulver. So ein bisschen Puff-Peng. Jetzt kickt das gerade. Kann man auch immer noch machen. Ist jetzt nicht so wichtig, also... Hast du eigentlich einen Kill da mitgeholt, Chris? Ja, ja, hab ich. Ja. Wichtig. War das nicht sogar in der letzten Runde gerade? Ja, glaube. Ja, dann hab ich einen Kill geholt. Wie gesagt, wir spielen Pazzi von Gast. Und alle sind auf einmal tot, Digga. Ich bin grad am Joystick. Guck mal, guck mal. Ich bin immer Mitte gelaufen und da war nie jemand, weil die immer ganz hinten ge-ge-crossed sind und auf einmal steht der da im Headglitch, Bruder. Ich hab mich so erschrocken. Und vielleicht kennt ihr das, wenn jemand so im Headglitch steht, dann tut auch der Aim-Assist nicht greifen, wenn ihr auf ihn zu-aimt. Ja. Ja, gehört gut. Ja, das war halt dann over, ne? Ist over. Digga, wir machen das, Jungs. Wir müssen nur zusammenspielen. Scheiß mal wirklich auf Kills oder sonst was. Hauptsache, wir holen... Einfach zusammenspielen. Haben wir auch grad gemacht, Digga. Ist auch scheißegal, wie viele Kills irgendjemand macht, Digga. Hauptsache, man tradet. Richtig, richtig. Das ist das Wichtige bei Comp. Der Traden, der Boss. Und auch wenn ihr gleich gewullscht werdet, regt euch nicht über Tore. Quatsch, Digga, Quatsch. Streaks? Ne, ne, ich lass ferne Glattung drinnen zu. Aber jetzt eine kurze Frage, Jungs. Habt ihr was gemerkt, dass wir mehr Leben hatten? Ne, gar keinen Fall, Digga. Ja, Bruder. Ich hab auch, glaub ich, One-Best einmal verteilt und ich glaub ich hab nichts gemerkt. Also ich hab auch mit der MSMC richtig, richtig schnell... Aber man muss schon sagen, die... also die... Ah, überlegt euch jetzt schon mal, ob ihr mit Nade spielen wollt oder Double-Stun oder mit Taktik-Mass, okay? Also ich spiel was... Was ist ein Praktikmasker für ein Puck? Ist das das dritte? Rot und Rot. Ja, das dritte. Das dritte. Oder du machst halt, äh, ne Schutzfest. Ich weiß nicht, ob die Gegner jetzt mit Nade spielen, wenn wir das laufende Switch schon beobachten können. Todestelle ist eigentlich unnötig, ne? Nein, ne, Todestelle hab ich raus. Äh, ich würd das halt, wenn dann so machen. Wenn dann halt Leichtgewicht. Oder mit Kugelweste. Mhm. Oder halt, äh, Taktik-Mass. Laser ist nicht verboten, oder Chat? Ne, gell? Ne. Ich hab die Klasse, das ist so, ihr denkt so, hä, Weird-Champ und so, aber Bruder, da kannst so die Jump-Plays machen mit diesem Laser da dran, das ist richtig frech. Aber gegen was hilft Taktik-Maske nochmal? Gegen Stunnen? Ja, gegen Stunnen. Aber es hilft auch keiner Stunnen, oder? Die... Ja, sag das nicht. Aber das... Pain hat vorhin so einen krassen Kill für mich geholt. Der war wirklich 10 Sekunden gestunt gefühlt. Der hat... Der hat gecallt. Der ist Stunt. Ich guck hin in den Gang, seh ihn nicht, lad nach, guck wieder in den Gang und der Gegner ist immer noch gestunt. Haha. Der war wirklich gestunt, Digga, bis ins nächste Game. Wenn wir jetzt gewinnen, Digga, sind die halt schon raus, ne? Das wär schon crazy, Jungs. Ja? Ja? Wir wollen's ja nicht zu spannend machen, oder? Na doch. Direkt, direkt, direkt den Sack zumachen. Egal. Wir machen das, Jungs. Einfach nochmal so spielen, wie gerade eben. Kraudi, Digga, für 1000 Bits. Ja, und das... Provocant, Digga, für 500 Bits und... Provocant und Shockwave. Er hat jeweils fünf Verschenken und Subs. Fett, lass nochmal Liebe da für die Jungs, die ein paar Subs raushauen. Und viel Dank, Jungs. Aber das ist wichtig, würde ich auch sagen. Wir haben richtig gut gespielt. Wir haben ja nicht mal eine Runde zusammen gescrimmt oder so. Wir haben super im Team funktioniert, aber auch weil wir halt Homies sind, ne? Ja. Mhm. Das ist das oder so das Krasse. Wir haben wirklich, glaube ich, nicht eine Runde... Okay, wir haben uns heute eingespielt, ja. Ja, aber nicht zusammen im Team gegen andere Teams. Ja. Aber da hatte ich auch keine Lust drauf. Ich wollte einfach, ja, einfach rein in die Olga. Ich kann mir noch ein Carsten seine erste WhatsApp-Nachricht vorstellen. Warte. Heute, heute Mittag, meinst du? Ja, ja. Darf ich die vorlesen, Carsten? Ja, ja, klar. Warte, wo hast du das geschrieben? Bruder. Gerade hat die MP7 nicht so Bock zu droppen. Bruder, wird das ein abgeschwitzt? Hoffentlich fliegen wir erst die Runde raus, dass ich weiterpennen kann. Alter, was ist los? Niemand... Das meinte ich natürlich nicht so. Oh, niemand mit einer 10er Subbomb fällt. Liebe in die Box. Oh, niemand. Vielen Dank für die 10. Das wäre auch gebrochen gewesen, wenn es um was rumgebacken wäre. Vielen Dank für den dicken Support von euch. Danke für die 10 verschenken Subb. Shockwave lässt dich nicht lumpen und haut auch 10 Subb an die Community raus. Hey! Dankeschön für die 10. Das ist doch eine der letzten Bits. Das ist doch eine der letzten Bits. Ehrlich gesagt, Kriegsmaschine ist halt laut. Echt? Bei Cold War kannst du die ja behalten, ne? Bei Cold War kannst du die ja behalten, ne? Bei Cold War kannst du die ja behalten, ne? Oder Chat, ne? Nee, Mann. Das ist ja mega okay. Du kannst halt immer wieder Kills machen, wenn du die andere erreicht hast. Das bringt schon was, oder? Dass sie leer ist. Gewandtheit ist, glaube ich, gar nicht so schlecht für Stellung, weil ich dann halt schneller am Aim bin, glaube ich, ne? Wisst ihr was das war? Einmal PuffPeng und dann bin ich raus. Ja, Bruder, dann lass noch deinen Prime da und dann, jalla, PuffPeng hast du nicht gesehen. Das waren unsere Warzone Squad Runden damals vor zwei Jahren. Die haben uns hier so zusammengeschweißt. Stimmt. Das hat sich auch angefühlt, als ob wir halt, ja, regelmäßig zusammenzocken. Das ist halt, das macht aber auch gute Freundschaft aus. Danke. Man muss nicht immer für Kontakt halten auf Kampf. Lass nochmal wirklich Ding wieder auf alle, die jetzt hier irgendwas rausgehauen haben, ob sie jetzt Re-Sub sind, Sub-Raums oder Bits. Ne, danke. Jetzt gehen wir gleich in die zweite Runde. Stellung auf Raid wahrscheinlich. Aber wie sieht es bei euch eigentlich aus? Seid ihr nicht auf der Twitch-Con? Ne, wenn du da bist, dann nicht. Ne, wenn du da bist, dann nicht. Dann schauen wir mal, was hier noch geht. Danke schön, mein Chef. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin großzügig von euch allen. Wie sehr schön so. Ich will nur hier mein Bestes zu geben und nicht zu sterben. Weil ich könnte Karsen mal Klerasil mitziehen. Hä, wieso Klerasil? Ach, wegen der, ach, der, also das ist ja bodenlos. Das ist ja bodenlos. Da hast du mit 30 Jahren mal wieder einen Hickel auf der Nose. Dankeschön. Du bist auch crazy, Digga. Du bist wirklich auch crazy. Danke für insgesamt 200 verschenkte Subs. Nur Eilog, genau so. Ich dachte mal so proportional gesehen, wenn du überlegst. Ist auch mehr Fläche da, wo ein Pickel entstehen kann. Ja, ja. Cool Story, Bro. Wir haben so gelacht mit der Dachstelle im Hintergrund. Ha, ha, ha. Durch die Hornbrille durch. Ha, ha. Wieder der Beste in der Lobby gewesen. Ha, ha, ha. Wieder mit 30 Kills gestorben. Neue Runde, neues Glück. Ha, ha, ha. Du warst gerade wirklich der Beste, Carsten. Du warst gerade das Team League. Du bist Hardcarry. Ja, ich habe aber trotzdem den starken Rucksack von Chris habe ich gefühlt und der hat mich gepusht. Das war das möglich. Auch wichtig. Auf dem Server. Weißt du? Wie bitte? Auf dem Server war ich ja, ne? Wir sind... Was ist mit? Jetzt sind alle drin. Ich glaube wir... Hey, warte mal. Einer fehlt noch, oder? Ja. Einer, wo man fehlt, glaube ich. Na ja. Na ja. Ne, Carsten ist raus. Ne, Carsten ist nicht drin. Ich bin gerade eben raus. Gerade eben raus bin ich erst. Komm rein, Jungs, bitte. Ja. Wir müssen starten. Ja, machen wir mal fast hin. Ich muss gleich nochmal Klassen mehr bauen. Ah, die MP7-Chat. Ich glaube, ich muss NSMC spielen. Die hat mir gerade auf etwas größere Range nicht mehr gefallen. Oh, niemand. Danke dir für 22 Monate. Jetzt erst selber Resub und davor erstmal der Community. Wichtig, niemand. Danke schön. Danke schön für den eigenen Resub. Glaubt ihr, die werden Granaten schmeißen, Jungs? Ja, darum Flag-Check-It eigentlich. Ja, das kann sein. Das kann sein. Ich habe mir jetzt mal eine Klasse-Taktung gemacht, aber ich glaube nicht, dass die jetzt hier groß Stunts werfen, weil... Bruder, bis du das dann noch immer geworfen hast und bis du dann da bist und so, weiß ich jetzt nicht. Aber... Aber es ist halt wichtig, dass du die Klasse... Ja, ja. Also auf Apropos passt, ne? Weil die Fliegen... Ja, ja. Was ist da nicht los, Bruder? Digga. Und trotzdem am Start und trotzdem gut, Chat. Das ist, ja. Ja, ich bin aber schon wieder negativ. Aber ich habe einen dicken Husten noch. Ja, ich... Seit Freitag bin ich negativ. Also eigentlich seit drei Tagen, aber die Husten ist halt kriminell. Ja, das ist auch das, was am hartnäcksten ist, ne? Die Häuser sind halt so aus Pappen, ne? So close. Muss auch ehrlich sagen... Ich glaube, einige spielen mit FMG, ne? Die spielen mit drei Aufsätzen dann. Ich spiele auch mit drei Aufsätzen, weil... Also eine Pistole, finde ich, brauchst du irgendwie nicht. Du spielst eh nur, läufst eh nur mit M8 rum. Klar. Ja, ich spiel viele Doppelfers. Achso, ja, ich auch. Ich bin drin im Chat. So Chatarino, wenn ihr hier die Konstellation und das Turnier und alles feiert, dann lasst mal bei allen Streams grad am Start sein. Wir könnt ja auch im Squad Stream schauen. Ihr seht alle Jungs auch. Lasst den Jungs ein Follow da, wenn ihr die noch nicht kennt. Das sind gute Jungs. Das sind stabile Jungs. Die können auch echt mal einen Follower gebrauchen. Puff Peng. Und wenn ihr noch nicht folgt bei mir, könnt ihr auch gerne kostenlos reinfolgen. Wenn ihr die Jungs supportet und freut den Streamer immer am meisten. Danke euch für die geile Zeit hier gerade. Ich bin sehr, sehr gut drauf. Wenn wir jetzt verlieren, bin ich gebrochen. Dann wird es nur noch spannender. Aber ich habe... Ich glaube, Stellung... Stellung kann ich gar nicht einschätzen, Digga. Da können wir jetzt haushoch gewinnen. Wir können auch haushoch verlieren oder es kann... Ja, du bist sehr viel Momentum. Sehr, sehr viel Momentum. Wenn wir gut ins Game reinkommen, dann kann das... Sind wir eigentlich anderen? Wir müssen uns viel besser, Chat. Viel besser. Schaut euch das an. Die hat auch gerade gegönnt. Wie hießen die nochmal in COD4-Chat? AK-74U, ne? Die war auch frech. Die habe ich geliebt. Oh, geht los. Es geht los. Und es ist wirklich great. Jawoll, Digga. Great. Stellung. Hä, meine Klassen sind falsch. Ach, ne. Ach, oh mein Gott. Ich dachte, wir spielen das. Okay. Pause, Champ. So. Volle grüße Situation. Okay. Keine Schleißes. Stellung war Barca mal crazy. Bruder, Barca waren alles crazy. Der war sogar mit dem Messer crazy. Partale ist eigentlich noch für neuen Modus. Ich spiele SMG, Jungs. Puff, Peng. Let's go. Also, was machen wir jetzt? Also, Payne, du machst ein bisschen den Anchor. Särgen auch. Und ich bin mit AR so ein bisschen Hill, oder was? Mit Carsten zusammen. Ja, ich glaube, ich probiere sogar direkt... Ich glaube, ihr geht Stellung. Ich probiere, die zu hinterlaufen und hole direkt den Laundry-Anchor. Auch für die nächste Stellung. Okay. Ich gehe auf jeden Fall direkt rein. Ja, ich habe hier... Guck mal, man sieht so... Vielleicht ist der Prime-Ready. Twish Prime und in die Emotes kostenlos rein. Man sieht so am Ping, dass ich der Einzige bin, der auf Malta ist, Digga. Und was hast du im Ping? Alle so 20, ich habe 60. Oh ja, Moin. Du Armer. Der Malta-Spieler. Malta, Schmalta. Let's go. Let's go, Jungs. Let's go. Aufpassen. Okay, ich gehe in mir rein. Clean. Stark. Der ist bisschen weak. Nice, assist. Einer ist hier noch hinterm... Einer ist Laundry und einer ist hinter dem Auto. Der ist oben im Fenster. Auto's dead. Push noch einer, noch einer. Hab ihn. Ah, immer mit. Der ist bisschen weak, scheiße. Oh mein Gott, no. Ich habe nicht gedingst. Ja, ich habe gedacht, du bist ein Gegner, Digga. Das sah auf. Hat das aber auch gerade keinen Namen bei mir. Ja, wegen diesen. Oh, scheiße. Ich habe zwei, ich habe zwei, ich habe zwei. Schön, schön, schön. Let's go. Einer ist noch in der Stellung irgendwo. Einer ist top, 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 top. Einer ist hier noch im Dings, im Dings noch. Er ist direkt neben euch in der Stellung. Scheiße, Digga. Scheiße, warte, ich geh rein. Fuck, nächstes, nächstes, ja. Ich habe nächste Stellung, Kitchen. Okay, ich bin in Kitchen drin, ich bin in Kitchen drin. Geh rein, geh rein. Ich hole den mit. Na, jetzt sieben. Okay. Fuck. Squeezes drin. Stark. Ich komme. Ich habe den in der Mitte. Ich versuche den Eckert zu holen. Der ist bisschen weak. Geht zu zweit rein. Ich versuche Eckert zu holen, von hinten. Aber ein, nice, Carsten. Der andere ist auch noch ein bisschen weak. Der ist gestunnt. Sehr gut. Stark, stark, ich habe den Eckertspot. Weak, weak bisschen da vorne. Die kommen über Basket. Ja, da ist auch einer. Zwei, zwei, zwei da, zwei da. Die haben sich selber gestunnt. Ich habe dich angeschossen. Nice, nice, nice. Okay, Barca ist der letzte. Will ich schon mal nächste gleich gehen? Scheiße, nochmal durch die Mitte. Ja, ich hole nächste. Garage, ne? Ja, ich habe gestunnt, Digga. Nee, Garage ist nächste. Wieder von hinten. Gehen wir Garage? Hab die Stellung nochmal. Bleib drinne. Nice. Ich rotiere. Rotiert schon mal, Jungs. Geht schon mal nächste. Mitte, ein bisschen weak, Tabak. Scheiße, Digga. Wir sind schon drinnen, den Lexen. Ich fahre auch in den. Wunderbar. Ah, nice. Das hast du hier gespawnt, das Penn. Wir verlieren diesen Kampf. Alles gut. Oh, der liegt ja unter dem Truck. Passt auf. Habe ich, habe ich. Habe einen. Eine Stellung. Einer Swans ist hinter Lambo, hinter Lambo weak. Okay, ich versuche hinten rumzulaufen. Zwei Stück hinter Lambo. Scheiße, ich wusste, dass das passiert. Verdammt. Zwei Stück hinter Lambo. Lass schon mal nächste gehen. Lass geht nächste, geht nächste fast schon, oder? Wollt ihr es nochmal tryen? Ist der Leuchtegang mit der MSMC. Ja, lass nächste gehen. Das hat keinen Sinn. Das sind noch 20 Punkte, ne? Die gehen auch schon mal nächste. Ja, lass nächste gehen. Versuch den hier noch schnell abzukutten. Habe ich, habe ich. Schön wichtiger Kill. Okay, okay. Ihr müsst den Anchor oben machen, ne? Da bei Dings. Ja, ich habe den Anchor. Ich habe den. Okay. Noch einer? Ich bleibe in der Mitte. Okay, die kommen alle. Die kommen alle jetzt. Zwei mindestens. Ich bin weak. Ich brauche gleich noch einen von euch bei der Stellung. Wichtige Punkte jetzt hier, Jungs. Oh, zwei Mitte. Zwei Mitte. Oben in das kleine Häuschen rein. Wichtige Picks. Oben über Engel. Geht unter. Zu dem Basketballfeld. Nein, nein, nein. Wir haben den Anchor verloren. Ich laufe nochmal rüber. Ich komme. Über Kitchen. Auch euch, Jungs. Habe einen. Zwei noch, zwei noch, Bro. Oben ist einer im Headclitch. Eine Kitsch. One Shot. Eine Kitsch. Ist keiner da, ne? Ja. Er liegt da hinten. Das ist weak. Ich versuche den Roadbring. Nächste Stellung Mitte. Na nächstes Mitte. Ich versuche nochmal ein paar Sekunden. Ich nehme noch ein paar Sekunden mit. Ja. Zwei noch. Scheiße, dass er echt einfach die Punkte mitnehmen sollen, ohne zu riskieren. Okay, Jungs. Rotieren. Rotieren. Ja. Ein noch in der Stellung. Habe ich. Check. Ich gehe rein. Ich gehe rein, ich gehe rein, Jonas. Okay, das so. Jeder muss sehen was schauen. Zwei Stück und Max. Zwei Stück. Einen hast du sehr gut. Da ist noch einer. Da muss noch einer eigentlich sein. Da ist einer bei dir da. Bei sogar. Hab den. Noch einer in der Mitte. Nice. Sehr gut, Jungs. Let's go. Da ist noch einer hinter. Ich bin stand. Nice. Sehr gut, Jungs. Let's go. Kitchen vielleicht gleich. Nice, nice, nice. Oh Gott. Egal, scheißegal. Wichtige Punkte hier. Wichtige Punkte. Wo geht es gleich hin? In den Ende. Mitte rechts, Mitte rechts. Ja. Ich aehm da ab, Mitte rechts. Ab ihn, ab ihn, ab ihn. Sehr gut, Neusel. Noch einer, noch einer. Und Kitchen einer. Ja, da ist noch einer Kit. Ich aehm ihn ab. Ich aehm ihn ab. Hab den Lachs. Ich glaube rechte Seite unten ist noch einer. Der ist, der ist, der ist. Ich habe Nate reingeworfen. Keiner hittet. Doch, zwei, 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 zwei. Hab den, hab den. Ich muss mich regen. Ist da noch mal rein? Ich hab gleich tweaked. Ich hab gleich tweaked. Ich hab gleich tweaked. Wichtige Punkte, Jungs. Zwei nochmal. Druck. Oh mein Gott. Sehr, sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Sehr big, Jungs. Let's fucking go. Ich hab fast Fullstreaks, ey. Ey, ich spiel kurz auf Tarn-Heading. Ich spiel kurz auf Tarn-Heading. Mach, 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 mach. Muss ja weg. Da ist noch einer, Bro. Vor uns irgendwo. Ich benutze. Nice. Einer in der Stellung. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Noch einer. Hilfe, Hilfe. Ich hab ihn noch. Oh mein Gott. Let's go, Bro. Ich hab gestreaked die Stellung. Passt auf, ich hab gestreaked. So, ich geh in, ich geh in. Stark, stark, stark. Oben noch ein bisschen weak und noch einer vor der Stellung. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Sehr gut, sehr gut, Big. Einer ist drin. Er ist weak, weak, weak. Ich hab Tarn-Heading. Ich hab Tarn-Heading. Stark, Bruder, stark. Welche Stellung ist die nächste, Pain? Kitchen. Kitchen, 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 kitchen. Ich stun rein. Hier bringt der Tarn-Heading viel. Behalt, Tarn-Heading, wie viel Spiel. Ich geh rein. Ich geh rein. Umkämpft. Wo ist die nächste Stellung? Wo ist die nächste Stellung? Hab ihn raus, Gold. Hab ihn raus, hab ihn raus. Weak, weak, weak bisschen. Ich bin gestunnt, ich bin gestunnt, ich bin gestunnt, ich bin gestunnt. Weak, bisschen in der Kitchen, im Kitchen. Ich hab ihn. Einer ist hier. Habe ich, habe ich, habe ich. Reine die Stellung. Start, das hält dir. Ich hab die jetzt über Mitte. Mitte, 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 Mitte. Alle über Mitte. Alle über Mitte. Wo ist die nächste? Ich hole Anker. Habe ich einen? Da ist noch einer. Zwei Stellung. Okay, ich pushe ihn mit rein, ich pushe ihn mit rein. Ich komme auch. Ich komme auch. Okay, zwei drin, zwei drin. Wir haben Korn verloren. Sehr gut. Noch mal zwei. Wo ist das nächste nochmal? Tabak mit der Skorpion. Der kleine Druck. Garage, oder? Das nächste Garage? Garage, glaube ich, ja. Also die MR8 ist ja so ein Monster, Digga. Ich versuch zu oberen. Die sind schon, die sind schon da drin. Die sind schon da drin. Alles gut. Ich nehme die fünf Sekunden mit. Rotiert alle. Ja, ja. Wir müssen Basketball unbedingt mitnehmen. Einer Insight. Wichtige Kills da jetzt. Okay, ich bin da und ich bin da und ich bin da und. Nice, Kast. So. Ich komme mit. Wo spawnen die Jungs? Der ist weak. Wee kommt in die Stellung hinten rein. Sehr gut. Halt dir. Gräts aufwass, gräts aufwass. Instunt, Digga. Ich habe Mitte, Engel. Die kommen von nach der Stellung jetzt. Fester. Ich mache einen Hellstorm. Die kommen über Mitte? Die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Alle hier über Jim oder was das ist. Jim. Ja, ja. Sehr stark. Alle tot. Bei mir ist noch der letzte. Tabak wieder mit der Scorpion. Sehr, sehr, sehr gut. Ich hole den Rett. Kommt in den Gang, in den Gang. Schön. Rotieren, oder? Rotieren. So Big Chris. Habtani, Habtani. Sehr, sehr stark. Ich habe auch einen. Gigachat in den Chatterino. Was ist das für ein Team? Einfach OP. Huch. Hast du eingesetzt? Ja, okay. Die M8 ist ja so ein Monster. Die Geiern. Müsstet ihr. So. Und wir machen den Sack jetzt zu Jungs. Die nächste Stellung zusammen rein. Ich hole dir den Anchor. Ja, die sind zu zweit jetzt drin. Okay, alles gut. Ich umlaufe. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr stark. Okay. Okay, die Stellung reingehen. Die Stellung rein. Ich hole den Anchor. What the fuck? Okay, ich bin... Zwei, zwei, drei über oben. Drei, 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 drei. Sehr, sehr gut. Nein. Bleib einfach am Leben, Bro. Schade. Zwei sind da noch. Zwei sind in dem kleinen Haus. Wir müssen jetzt kurz uns sammeln. Die können eh nur... Die müssen in dem kleinen Haus stehen. Sonst tötet die eh mal ein paar. Ja, einer ist noch in dem Haus. Okay. Sehr gut, Jungs. Let's go. Jetzt kommen die über Mitte. Alles, die haben wir gemacht. Haben wir. Komm, PuffPay. Jawoll, Digga. Oh mein Gott. Jungs, was seid ihr eigentlich für fucking Biester-Zweiter-Helies. Chris mit den Streaks am Rausschallern wie Smally auf Paisler, weil er jetzt in der Steueroase ist. Ich komm ja gar nicht klar, Jungs. GG's. Jungs, wir können losstellen, Alter. Giga-Chat in den Chat. Was sind das für OP-Mates? Geil. Payne übrigens 10er-Streak. Kaiser 12er-Streak. Nur zur Info. Dank. Bruder, was ist die M8 für ein Monster, Alter. Ganz langes Gameplay. Wir waren live dabei, als Kaisar den Tarnhilly gemacht hat und live dabei als Payne den Tarnhilly gemacht hat. Wunderschön. Wunderschön, Digga. Sehr, sehr schön anzuschauen, Jungs. Das ist unfassbar. Geil, das ist krank, Jungs. Und damit habt ihr 2 zu 0 Team Barca rausgehauen. Fettes GG an euch. Damit seid ihr im Halbfinale, also in Runde Nummer 2. Und ja, ein fettes GG an euch. War wunderschön. Geiler Video.